Servus, ich bin der Robert, ich bin der Produktverantwortliche für Ski von Dynafit und ich zeige euch heute die neue Speedlinie 1819. Speed ist die Übertragung vom Rennkonzept hin zum Alpin Terrain, sprich breitere Ski, robust und trotzdem getrimmt auf Leichtgewicht für sportlich ambitionierte Tourengeher und Alpinisten an. Konstruktiv haben wir bei unserer Speedlinie die sogenannte Mikro-Seitenwange, sprich eine ABS-Seitenwange, welche um 90 Grad gedreht ist in direkter Verbindung mit unserem Holzkern. Garantiert eine perfekte Kraftübertragung vom Skifahrer auf die Kante und ist trotzdem noch sehr leicht. Der Holzkern von unseren Skiern ist ein Paulonia-Holzkern. Paulonia ist ein sehr leichtes Holz, ein robustes Holz und das perfekte Material für unsere Speedlinie. On top auf diesem Paulonia-Holzkern sind die sogenannten Carbon Speed Streifen von vorne bis hinten in den Ski eingelegt. Dadurch ist der Ski noch steifer und hat bessere Dämpfungseigenschaften und die Rückstellkraft bei einem Schlag ist um 12 Prozent erhöht. Wir haben hier einen Speed 76 mit 1070 Gramm, ein sehr konservativer Ski für harte Bedingungen, steile Rinnen und der Speed 90 Ski, eher als Allrounder, immer noch super leicht mit 1170 Gramm. Außerdem den Speedfit 84 Ski, das ist der perfekte Ski für alle Pistentourengeher. 84 Millimeter unter der Bindung, gibt es in einer Männer-Version und in einer Frauen-Version, die etwas leichter und etwas weicher ist im Vergleich zur Männer-Version. Dementsprechend bin ich mir sicher, ist für jeden Tourengeher hier im Speed-Bereich etwas mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß im Schnee und macht es gut. Ich wünsche euch viel Spaß.